Oh, fein. Ah. Unser Ding ist schon gespawnt wieder. Oh. Pass auf hinter dir. Ah! Warte, ich hab... Nicht die Diamant-Spiel-Kidsack genutzt, was machst du? Die Diamant-Spiel-Kidsack ist ne Turtle. Ach ja, stimmt ja. Warte. Wo ist er? Wow. Oh, ich hab nur noch zwei Herzen. Alter, noch sind... Ah, geh weg! Ah! Nein, stopp. Oh, es regnet auch noch. Ach man, Alter, muss mich das Ding jetzt verarschen? Ich tu beim Schlafen. Was ist das jetzt für ne Trolling-Aktion von dem Spiel? Ja. Hört sich das so. Oh, erstmal zählt. Was hat's bei dir? Gib mir mal. Oh, und das Ding ist schon wieder voll der Generator. Ich glaub's nicht. Du nimmst ein Stack raus, ne? Das ist voll wieder. Der Generator. Produzieren. Zu viel Säft. Was machst du? Was machst du? Was machst du? Alter! Was ist da los dann? Äh, wo ist mein Grab? Wo ist mein Grab? Drei Meter? Ja. Hast du's abgebaut? Nein, steht hier noch. Toll. Okay. Was anderes hier drunter. Warte kurz. Ah! Feuer! Feuer! Wasser! Ich glaub ich schaffst sterben, ne? Naja. Warte da und... Warte, was? Ey, warum ist der Ding draus gegangen? Aua! 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 Aua da oben! Ich hab nur noch... 2,5 Plätzen. Ja, bist ja jetzt schön, ne? Oh man, der Spawnertrollt uns doch jetzt gerade. Äh, da kommen wieder welche. Äh, da kommen wieder welche. Feuer, pass auf. Alle gemacht. Bleib jetzt eh hinter. Geh weg. Aua, die könnte noch hier reinschießen. Ja, du musst jetzt eigentlich nur nach vorne gehen. Geh nach vorne. Warte? Ja. Ja, dann turn left. Ja? Ja? Äh, Dick? Äh, Turtle. Dick. Äh, Turtle. Dick. Äh, dann... Ja, mein Grab ist da unten. Ja? Naja, ich seh's, aber darum ist alles noch voller, äh... Lava, ne? Vorsicht. Ich bin hart on the ground. Nein. Oh, hier war Wasser, Gott sei Dank. Ah, fuck, Alter. Alter. Alter, die machen alles voll hier mit Feuer. Verpisst euch doch. Wüsste, wer auch Reaktion eben ist. Oh, ist der gleich schon wieder. Drittbärgungstörte wird. Die muss dann nur mein Ding retten. Es gibt TNT Lilies, ne? Ja. Wo ist denn jetzt noch so ein Stinker? Da ist der Grab. Moment. Äh... Die muss eigentlich alles da drum freigraben, ne? Ja. Hab ich grad vor. Wir brauchen auf jeden Fall die Aurich... Aua, nein, 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 die Sterbe! Flash. Was? Ich kann grad nicht. Was braucht... Ich mein nur, wir brauchen die Aurichheit. Okay. Die Erze, ähm, erstellt. Ne, hier ist irgendwo noch ein Stinker. Mach mal Wasser drauf, bitte. Na ja. Ja. Huf mit Obstructed. Cool. Na, kann er nicht, kann er nicht. Ah, 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 ah! Neuer Hut, neuer Hut. Ja. Ja, das ist mein Grab, Alter. Der darf nicht nach vorne kommen, bis behindert. Hab ich ja nicht vor. Vorhin unten graben. Mach mal Wasser bitte weg. Muss sehen, was da los ist. So am Stüssel. Oh nein! 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 Hier sind gleich zwei gespawnt. Kann sich mal ein bisschen beeilen oder so? Die Klappe steht gar verpiss dich. So ein bisschen schneller bergen hier. Kann das nicht so gut. 6 Stunden, 12 Minuten. Mach schnell! Wir spawnen immer mehr von diesen Stinkern. Oh ja. Geh nach vorne. Was machst du denn? Hättest du nach vorne gehen können, schon. Jetzt müssen wir schon wieder turnen. Kannst du nicht die Befehle von nach oben? Ist irgendwann da gespawnt. Stinker. 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 Aua, ich brenne. Oh, wieso essen ich? Oh, dann nennst du die einfach nur so. Hast du was zu essen oder was? Ja, ja, ich hab's. Ich hab saft. Oh, noch ein Stinker. Ah, Stumpel. Nein, nein, nein. Nicht mich töten. Nein, Wasser. Ich hab's mit Wasser. Oh, CWO-Weiben mit Amoff 97. Hinter mir. Was veranstaltet ihr da? Nein, 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 nein. Ich sterbe. Frisch Wasser. Da unten. Nein, da unten rein. Geh weg. Ja, ich kann nicht weg. Guck mal, da oben ist ein Stinker. Oh nein, die sind zwei Stinker. Ja, die sind nervig. Ah, ich stehe. Ich bin unter Wasser, die Opfs. Ja, die können dennoch durchschießen, du Opf. Oh. Äh, ne, Diamant nicht. Kann man nicht ne Ruby-Rüstung machen oder so? Oh, die können nicht töten. Was machst du schon mit der hier? Nein. Das ist das Wichtigste, was wir brauchen. Drinnen. Ich glaube, ich hatte die, ach ne, ich wollte gerade sagen, ich hatte die Query dabei, aber ne. Oh, das wäre, das wäre noch tödlicher gewesen. Ist aber die Pumpe dabei. Oh, im Höllen-Ding? Ja, ich bin hier. Nein. Und die müsste gleich auch noch bergen. Auf dem Rücken der Türke. Auf dem Rücken der Türke. Ja, hab' den Schaden. Haben wir nicht den Morph-Mod? Ne, ne? Ja, das ist doch mit da. Ist das meins? Ja. Weil sonst hättest du die auch schon längst verwandelt. Ja, die hätt' ich schon längst in Blaze verwandelt. Wasser wieder weg? Warte. Dig ab. Oh, Stinker, 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 Stinker. Über zwei gleich. Alter, die rasten gleich schon wieder aus. Dann kannst du vielleicht die Blöcke über mir wegmachen. Warte mal, warte mal. Sieben zwei Stinker. Sieben zwei Stinker erledigen. Die Block über dir? Ja. Ja. Das Wasser weg? Dankeschön. Wasser kommt wieder? Äh. Oh, ich hör' schon wieder ein Stinker. Oder Wasser wieder wegmachen? Ne, ne, pass' schon. Warte. Oh, jetzt ist es fast. Ja, Mensch, chill! Pfff. Heff da auch nie. Er kommt nicht hier oben. Ey, ich kann's aber ab-, ich kann's jetzt abbauen. Nein, nein, da ist noch Lava. Nein! Da, dein Grab blockiert da das. Ach, cool. Ich hab alles. Da unten das orangene Portal wieder hinsetzen. Warte. Ich muss erstmal alles hier wegdingen. Die Körtel sind toll. Ich muss erstmal die Stinker erledigen. Okay. Ja, Mann. Ich hab' schon wieder ein Head. Nein, nein, nein. Ich sterb gleich schon wieder. Hahaha. Hahaha. Oh, mein Gott. Ja. Was war's? Burn to a crisp? Ja, Mann. Ich bin jetzt knusprig. Hahaha. Okay, Bärdruck-Aktion. Die ist fast gewonnen. Wir haben fast gewonnen. Jetzt n' Key. Aber so richtig. Auslesen. Hast du den Stinker erledigt? Ja, aber richtig. Okay. Wir haben noch nicht mal Rüstung. Wir machen so ne Scheiße. Okay. Nächstes Ziel ist Rüstung. Definitiv. Ja. Aber keine Matsch-Rüstung wie Centos. Niemand will ne Matsch-Rüstung. Wo ist die Matsch? Geh weg. Oh, hier ist irgendwo ein Stinker aktiv gewonnen. Geh weg. Komm, wir nehmen nur mit. Hane, wir müssen essen. Quatsch.